Es gibt Schlimmeres als den Tod. Jeder, der einmal einen Abend mit einem Versicherungsvertreter verbringen musste, weiß, wovon ich spreche. Viele Menschen denken bei HIV und Aids gleich an Sichtum, Depressionen, Tod. Zwar ist die Krankheit immer noch nicht heilbar, doch bedeutet eine Infektion heute dank verbesserter Medikamente bei weitem nicht das Ende. HIV-Positive und Aids-Kranke können ein langes und erfülltes Leben führen. Das beschreibt Matthias Gerschwitz in seinem persönlichen Erfahrungsbericht Endlich mal was Positives. Aber der gebürtige Wuppertaler, der sich schon vor langer Zeit für Berlin entschieden hat, ließ sich von dem Virus nicht unterkriegen. Das beweist auch seinem Buch Endlich mal was Positives. Heute ist Welt-Aids-Tag. Überall fanden in den vergangenen Wochen Veranstaltungen statt, um über die Krankheit zu informieren. Endlich mal was Positives. So heißt das neue Buch von Matthias Gerschwitz. Es handelt von seiner Geschichte als HIV-Positiver und über seinen Umgang mit der Infektion. Ich erinnere mich noch genau an den Januar 1994, als sich das positive Resultat des HIV-Tests erhielt. Das positive Testergebnis traf mich wie ein Donnerschlag. Als der erste Schreck nachließ, begann ich mich mit der Situation auseinanderzusetzen. Worauf muss ich jetzt besonders achten? Ich fand die Frage normal, aber der Arzt schien den Tränen nah. Ach, genießen Sie die Zeit, die Ihnen noch bleibt und machen Sie das Beste draus. Zunächst glaubte ich, nicht richtig gehört zu haben. Ich hatte nicht vor, mich so einfach meinem Schicksal zu ergeben und gehofft, zumindest ein paar Informationen zu erhalten. Nach dieser Antwort wagte ich nicht, noch einmal nachzufragen. Trotzdem liege ich gefasst und versuchte, dem Arzt mit ein paar freundlichen Worten über seine traurige Stimmung hinwegzuhelfen. Ja, in der Tat, ich tröstete den Arzt. 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 Ich denke schon, dass ich hier meine 70, 80, 90 Jahre alt werde und so lange müsste ich mich halt noch ertragen. Ja, in der Tat, ich tröstete den Arzt. 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 Vielen Dank.